Dieser Volkswagen Golf steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem schwarzen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 175.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2012. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 140 PS an das Schaltbetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,9 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017